glühbe auf standausen schachter willkommen zu einem weiteren geschmeidigen video hier auf meinem channel ja leute wie auf facebook schon angekündigt heute das pack opening aber nicht mit 300 crypto punkte sondern ich habe 500 crypto punkte gesammelt ich dachte mir einfach kommen 300 macht jeder master einfach 500 ich würde sagen wir reden auch gar nicht lang den heißen preis und fangen einfach mal direkt an es kann sein dass ich das video und zwei teile schneiden werde je nachdem wie lange wir jetzt brauchen und ja fangen wir einfach mal an so dann machen wir mal die erste geschmeidige kiste auf bestimmt wieder richtig viel scheiße dabei lob mich in ferne weiß ich jetzt nicht ob das so gut ist aber wir werden ja sehen wir haben ja noch ein paar kisten übrig hier öffnen wir einfach mal die zweite und fällt werter kontrast sieht auf jeden fall mega lustig aus erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die grafitti tarnung war auch nichts besonderes ich hatte schon bei aw so mega viel glück mit den kisten öffnen das ist abnormal gewesen oh shit oh shit dicker ich hatte euch das nicht gesagt ich habe mir wirklich tarnungen gewünscht für die m8 a7 ich liebe diese waffe ich spiele die meiste zeit und das dritte pack direkt mal episch sieht so von weiten gar nicht schlecht aus wir können es ja später noch mal angucken und noch eine selten tarnung auf der vmp spiele ich zwar bis jetzt nicht aber das ist schon mal mega geil ne shit wir haben noch so viele kisten vor uns leute das ist übel krass teckter nacht oh shit dicker was hier los nacht sieht irgendwie geil aus ich mag das ja wenn das so schwarz so dunkel ist noch eine zahnung für die m8 a7 ja es sieht jetzt nicht so besonders aus aber das sieht geil aus mungu kuta schnell feuer variante gut ich habe die kute bis jetzt nicht gespielt aber sieht eigentlich auch nicht so schlecht aus ich würde sagen wir verlieren keine zeit und machen einfach mal weiter es wirklich krass wenn man 50 kisten aufmachen kann na klatschen ja klatsch nö ich klatsch euch ja wisst bescheid naja finde ich jetzt nicht so toll irgendwas legendäres funken irgendwie kommen die argos relativ oft vor ich habe zumindest das bei relativ vielen anderen leuten auch gesehen naja schauen wir einfach mal weiter es richtig geil jetzt mal die ganzen kisten aufzumachen oh legendär scheiße für irgendwie so eine dreckswaffe die kein mensch wahrscheinlich spielt zumindest weiß ich nicht mal was das sein soll ist auch wurscht wir machen einfach die nächste kiste mal auf feld chat gott eine kiste wo nur scheiße drin war eisvogel schlachtfeld naja der sagt nett ich finde es nicht wirklich nett nichts großartiges dabei was mich wirklich interessiert hat auf jeden fall übel krass da ich habe mich für uns noch rasiert hier und übel geschnitten ich weiß nicht ob man so ein video sieht ja schon eigentlich relativ peinlich aber ich kann es nicht ändern so jetzt haben wir hier wieder was cooles raus weil kontrast war die gar nichts ist dabei schon wieder für die komische waffe die kein mensch spielt hier also zumindest spiele ich sie nicht oder ist auch nicht schlecht naja ist bloß selten aber die man war spiele ich auch relativ gerne was so eine möglichkeit wäre die xr2 die spiele ich auch gern also wenn ich dafür irgendwie noch ein paar richtig geile tarnungen bekommen würde wäre das mega fett sonnenschein ja ich bin manchmal auch im sonnenschein deshalb passt das ganz gut ein glabbleck wieder am start na ich bin einfach so mega happy dass die ganzen kisten aufmachen kann ja toll zweimal holztarnung mega nice die sieht ja mal so richtig scheiße aus man hat er muss so krippeln in den fingern und will unbedingt irgendetwas öffnen noch sehr einfallsreich der name lila war für spiele ich auch selten ich finde die eigentlich relativ cool erinnert mich so ein bisschen an die m27 aber irgendwie macht die mir zu wenig schaden ich weiß auch nicht so die nächste kiste inferno oh dicker hau doch mal was legendäres hier raus mein gott holz die tarnung sieht so scheiße aus von aus auch zieht eigentlich relativ geschmeidig aus na also ich finde es auf jeden fall lustig aber ich wollte trotzdem noch auf eine richtig geilen tarnung da wird es sich wahrscheinlich magic jetzt freuen da spielt es und eine epische tarnung eis ja ist jetzt so gar nicht schlecht aus das natürlich auch nicht schlecht mein gut ich werde die waffe zorni mit schalter im verspielen weil das einfach schwachsinnig ist aber es sieht auf jeden fall cool aus na so was haben wir hier anvisiert die finde ich irgendwie cool ich mag so comic graffitti das heißt graffitti so zeichnungen das finde ich relativ cool inferno messer naja ist jetzt nichts besonderes aber wir haben ja noch einige kisten vor uns ich habe ein bisschen angst dass die aufnahme hier abschmiert halt dann wäre es alles umsonst gewesen ah wieder richtig nur scheiße bekommen so eisvogel das hat man vor uns schon mal irgendwo das haben wir hier legendär kannibale nomad ja das hätte ich vor dem patch hätte ich das gerne gespielt diesen spezialist sähe das bestimmt richtig nice aus da ich aber diesen spezialist großartig nicht mehr spielen werde ist zwar nice wenn man das hat aber man braucht es nicht wirklich so die nächste kiste leute stiefel ruinen spot ja ja ich sag mal so ist auf jeden fall nie schlecht meinen spot auf legendär zu haben keine ahnung wie das dann aussieht werde ich wahrscheinlich mal im anderen video zeigen vielleicht kennst du ein oder andere ja schon und wir machen einfach die nächste kiste mal auf ich weiß gar nicht wie oft ich den scheiß schon bekommen habe auch alles nur scheiße ok Vielen Dank.